Herzlich willkommen zu unserem Emolution-Podcast, heute mit der Folge Tod ohne Pipeline. Warum Immobilienmakler eine funktionierende Pipeline brauchen. Und was das genau ist und warum das so wichtig ist, das besprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Leon, herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen, auch an dich in unserem Studio. Du hast mir gerade eben gesagt, Pipeline, das hast du gerade eben noch im Gespräch gehabt. What is the problem? Folgendes, und zwar fällt es ja oftmals, also wir fangen mal an bei der Herausforderung, bei einer Problemstellung, bei einer Herausforderung, mal angenommen jetzt in der Akquise, das, wo wir auch in den letzten Folgen drüber geredet haben, ist das Thema Ursache und Lösung. Ja, dass die meisten Leute ja immer schnell gerne die ganze Sache direkt lösen wollen und dabei vernachlässigen, was ist denn wirklich die Ursache für das Problem, also woher kommt das Ganze so. Mal angenommen, das Problem ist jetzt bei der Akquise, dann sieht die Person in dem Moment nur das Problem Akquise. Was aber oftmals nicht gesehen wird, ist, dass der Engpass etwas sehr Dynamisches ist, also dass sich das verschiebt. Weil mal angenommen, ich habe jetzt die Akquise gelöst und schaffe es jetzt, EK-Termine zu organisieren. Dann verschiebt sich ja der Engpass in den EK, also in den Einkauf. Weil wenn ich es jetzt nicht schaffe, von zehn Leuten beispielsweise, weiß ich nicht, sieben, acht wirklich abzuschließen, um eine solide Abschlussquote zu haben, dann habe ich ja ein Problem, weil dann verliere ich ja extrem viel Potenzial da. Ja klar. Das heißt, nur weil ich Interessenten generiere, heißt das ja nicht, dass alle meine Probleme gelöst sind. Ich habe dann die Akquise gelöst, aber dann verschiebt sich der Engpass ja woanders hin. Naja, lassen wir es doch mal definieren. Du hast natürlich vollkommen recht, das ist genau das entscheidende Thema. Was ist denn überhaupt, wenn wir von Pipeline sprechen, was meinen wir eigentlich damit? Also Pipeline funktioniert, ist ja nichts anderes wie, du hast eine Produktion von, ich sage jetzt mal beispielsweise Kaffeebohnen, nur mal als Beispiel. Ja, da kriegst du irgendwo den Rohstoff her, aus, keine Ahnung was, Arabica und schöne Kaffeebohnen. Aber die müssen ja irgendwie verpackt werden und so weiter. Und das ist ja auch, in der Industrie würde man Fließband sagen dazu. Ja, wir nennen das hier bei uns Pipeline. So, die Pipeline, wie du richtig gesagt hast, beginnt bei der Akquise, geht über den Einkauf und dann in den Verkauf rein. Das ist erstmal das, und eine Pipeline heißt ja, es ist etwas Rundlaufendes. Das ist ein Workflow, der im Prinzip, ich sage mal, vorne beginnt, bei der Akquise beginnt der, dann der Einkauf macht sozusagen die Auftragssituation klar. Also da bin ich im Prozess, dass ich Alleinaufträge generiere, klare Absprachen treffe, also praktisch meine Ware ranhole, wahre Objekte. Und dann kommt sozusagen der Bereich der Leistungserbringung. Also ich bringe bei einem Kunden das, was ich versprochen habe, setze ich um. Ja, ich verkaufe die Bude. So, und dann habe ich ja irgendwann das Ende, letztendlich. Das Ende ist sozusagen das finale Grande. Ich gehe zum Notar und cash das Ding ein. Ja, ich mache Geld. Und dann beginnt der Spaß ja wieder von vorne. Und da ist es genau damit gemeint. Immer wieder beginnt das da vorne. Und jetzt müssen wir uns mal genau anschauen, wo zerlegt es denn die Makler? Wo zerlegt es denn die Makler immer wieder an den gleichen Stellen? Ja, also wenn du mich jetzt nach dem fragst, wo ich sage, dass es für mich auffällig ist, dass, ich glaube, das hast du letztens in einem Social Media Post von uns auch mal thematisiert, das Thema, dass eben nicht genug Akquisequellen vorhanden sind. Und, ne, also die Leute, weiß ich nicht, leben ausschließlich von Empfehlungen zum Beispiel. Also machen sich wirklich sehr stark abhängig von Empfehlungen oder kaufen Leads oder was auch immer. Also eine Quelle zum Beispiel. Genau, eine Quelle. So. Natürlich kann es sein, dass man über einen bestimmten Zeitraum dadurch Leads generiert, keine Frage, und auch Aufträge generiert, aber irgendwann verstopft ja die Pipeline oder ist die Pipeline zu Ende, weil nicht genug für Nachschub gesorgt wird. Ja, genau. Weil ich eben nur eine Quelle habe. Aber hier ist schon wieder ein ganz großes Thema, was ein Riesenproblem ist, nämlich, was viele einfach nicht verstehen ist, ich habe jetzt gerade so jüngst ein Beispiel gehabt mit einem Kunden, und zwar ist die Thematik, was ist denn wirklich an der Stelle der Pipeline entscheidend? Und zwar, wir sagen ja Outflow, ja, also Outflow ist wichtiger als Inflow. Also das heißt, ich muss, weil Akquise, Werbung, Marketing ist ja nichts anderes im Kern, als sozusagen, ich verbreite meine Message, meine Personal Brand, ich verbreite meine Dienstleistung, also ich haue einfach raus, ja, dass ich am Ende des Tages viele Menschen wissen, was ich mache. Und vielen Menschen Angebot mache, mit mir zu arbeiten. So, und da ist aber schon ein riesengroßer Fehler, weil entweder machen sie in ihrer Qualität von Werbung gar nichts, also es ist einfach grauselig, oder sie drehen 780 Schleifen, weil sie es noch besser und noch besser und noch besser machen wollen. Warte, weil da ist nämlich das Thema Quantität, Quantität geht vor Qualität. Was heißt das? Quantität heißt, ich muss viel machen, also ich muss viel in Bewegung, viele Touchpoints, ich muss viel Werbung machen, ja, und trotzdem in einer guten Qualität natürlich. Also hier heißt nicht, keine Qualität, aber Quantität ist, was bringt mir das, wenn ich ein tolles Prospekt habe und das 200 Mal verteile, ja, und der andere, der macht es vielleicht gar nicht in so einer Riesenqualität, trotzdem gut, trotzdem okay, aber der macht es 10.000 Mal. Verstehst du, weil das Gesetz der großen Zahl, also einfach ein größeres Game da rauszuhauen, ja, und mehr Action, mehr Attacke zu machen. Gut, im besten Fall ist es jetzt beides zusammen, also sehr hohe Qualität plus sehr hohe Menge. Wenn man mit uns zusammenarbeitet, ist die hohe Qualität schon gesichert, ja, da muss ich mir schon gar nicht mehr um hohe Qualität Gedanken machen, ja, aber, weißt du, so dieses Selbstverliebt, dieses... Also ich hatte eben einen Call, der hat perfekt dazu gepasst, ja, zu dem, was du gerade beschreibst, und ich habe das so erklärt. Für mich ist Marketing ein Thermometer, okay? Du hast eine kalte Seite, du hast eine heiße Seite. Und meiner Meinung nach hat Werbung, alles das, was du tust, nur einen Job, den Kunden von der kalten einmal komplett durchs Thermometer auf die warme Seite zu schieben. Absolut. Und diese kleinen Striche, die im Thermometer drin sind, um die einzelnen Temperaturen anzuzeigen, sind die Touchpoints, die Berührungspunkte, die du aufbauen musst. Ja, und jetzt reicht manchen Leuten oder bei manchen Interessenten reicht ein Touchpoint, um zum Kunden zu werden, aber bei dem anderen brauchst du vielleicht sechs, sieben oder acht. Wenn du aber den sechsten, siebten oder achten nicht hast, gewinnst du ihn auch nicht als Kunden. Exakt, genau ist der Punkt, ja. Und letztendlich beschreibt es das, denke ich, am allerbesten. Das heißt, deine Aufgabe ist, diese Touchpoints auf einem hohen Level aufzubauen, in einer hohen Menge, also hohen Quantität, wie du es gerade gesagt hast, um konstanten Inflow in die Pipeline zu haben. Exakt, ja. Damit dann der Prozess starten kann und dann ist meiner Meinung nach der nächste Engpass, wo die meisten nicht mitreden können, ist halt einfach wirklich stabile Strukturen, Prozesse und Systematiken und funktionierende Führungssysteme, um das Fließband auch im laufenden Betrieb bedienen zu können. Naja, jetzt, genau, absolut. Jetzt passiert ja Folgendes, jetzt kriege ich mal ein paar Leads rein, ja. So, und dann, du siehst ja auch, dass viele jetzt Leads kaufen auf den unterschiedlichsten Wegen, weil sie einfach diese Marketing-Nuss nicht knacken. Ja, sie knacken sie einfach nicht, ja. Dann geben sie viel Geld aus, ja, um Leads zu generieren, aber machen halt eben keine eigene Werbung. Okay, schlagen wir jetzt mal ein Ei drüber und sagen, das war jetzt mal Punkt Nummer eins. Jetzt kommen aber die ersten Termine, jetzt läuft der Makler schön draußen rum, ja, und holt die ersten Aufträge rein. Das Coole ist, wenn ich eine coole Pipeline aufbaue, dann habe ich natürlich auch ein paar, wie wir ja schon im anderen Podcast gesagt haben, mal ein paar Kennzahlen. Und ich sehe auch direkt, pass auf, stimmt die Abschlussquote, ja, passt das sauber? Oder muss ich da was verändern? Beziehungsweise ich hole Objekte rein. So, und was passiert jetzt? Jetzt kommt ja, jetzt geht es ja erst richtig los, was viele eben nicht verstehen. Und da kommt der Riesen-Pain. Da ploppt es richtig hoch, weil sie da eigentlich in die Todeszone komplett reinlaufen. Dass es nicht abarbeitet geht. Genau. Die kriegen es nicht abgearbeitet, weil dann stapeln sich sozusagen die Aufträge. Dann haben sie drei, vier, fünf Aufträge, ja, und dann liegen die rum. Oder, alternativ, sie haben keine Zeit mehr für die anderen Dinge. Und damit geht die ganze Party komplett nach hinten los, ja. Also wir haben jetzt einen Makler, der einfach so viele Aufträge da liegen hat, ja, und nicht, und jetzt kommt ja das Entscheidende, und nicht rechtzeitig dafür gesorgt hat, Mitarbeiter einzustellen. Zumindest mal eine Vertriebsassistenz, die das sauber abarbeitet, ja. Und du weißt es selber, wie gebetsmühlenartig ich die Leute hier versuche zu missionieren, dass sie, weil den größten Fehler, den sie machen können, ist, zu spät Mitarbeiter einzustellen. Zu spät Mitarbeiter einzustellen. Timing ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Das ist nichts, was man nicht lösen kann jetzt in der Situation. Nichtsdestotrotz sollte man es natürlich präventiv vermeiden, weil, wie du gesagt hast, das sind Dinge, die können für große Schwierigkeiten sorgen in der Situation. Und dann verstopft das Ganze letztendlich. Genau, es verstopft, und man muss ja auch mal eine Sache sehen. Wenn wir uns jetzt mal das Thema Marketing nochmal anschauen, nenn das mal Akquise jetzt, ja, so Akquise anschauen. Wie viel Arbeit ist das denn? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir den Aufwand mal sehen dahinter. Du hast Direktmarketing, du hast Social Media, du hast, und das sind ja noch, Social Media ist ja noch was, was eigentlich als ganz letztes kommt, ja. Ob das Flyer sind, und hier eine gute Botschaft nochmal an die Leute, ja, wer erzählt, dass Flyer und Print und all das nicht funktioniert, der hat keine Ahnung. Ja, weil der weiß nicht, wie es geht, ja. Warte, bleib da bitte ganz kurz stehen, ich möchte dazu was ganz Wichtiges sagen. Und zwar habe ich es auch so ab und zu mal so Momente, wo dann Leute so, ja, was ist denn jetzt die Strategie? Was ist denn jetzt der Weg? Mann, versteht bitte eine Sache. Es geht nicht darum, was ihr macht, es geht darum, wie ihr es macht. Hört bitte auf, wenn ihr in Calls seid mit uns zum Beispiel oder so, uns nach dem Heiligen Gral zu fragen. Den gibt es nicht, ja. Jeder, der euch das erzählt, diese Marketingagenturen da draußen, die einem sagen, das ist der neue Weg und das und das kostet das, es ist Bullshit. Ja, klar. Weil es kommt darauf an, wie man es macht. Und wie gesagt, es ist nicht eine Marketingmaßnahme, die ihr braucht, es ist mehrere. So, und die Kombination aus den verschiedenen Dingen, die bildet euer Thermometer, euer Marketing-Spinnennetz, eure Akquise-Pipeline. Genau, das ist der Punkt. Aber wie gesagt, man muss auch hinschauen, du schaffst es alleine nicht. Und die Dienstleister da draußen, ja, es gibt vereinzelte Dienstleister, die mögen auch ganz gut sein, aber du hast es gerade gesagt, sich den Heiligen Gral immer wieder verkaufen zu lassen. Online-Marketing ist gescheitert bei den meisten Maklern, ja. Es ist gescheitert, ja, es funktioniert, aber es ist auch nur ein Teil. Es ist eine von vielen Ölquellen, die ich nutze, um nach vorne zu kommen. Wichtig ist aber eine Sache, es ist ein Full-Time-Job. Es ist ein, Marketing ist ein Full-Time-Job für eine Person, die den ganzen Tag von morgens bis neun, von neun bis 18 Uhr auf diesem Thema ist. Einkauf. Und wie groß ich bin, auch mehr als eine Person. Ja, klar, genau. Und wenn ich Einkauf mache, EK1, EK2, Bewertungen mache, all das richtig gut, Alleinaufträge mache, dann ist das ebenfalls ein Vollzeit-Job. Und wenn ich Verkauf ordentlich machen will mit ordentlichen Objekten, dann ist das ebenfalls ein Full-Time-Job. Also mindestens mal drei Leute, die sauber auf ihrem Posten sitzen und ein Einkäufer bedient locker drei Verkäufer. Und dann, wenn gute Prozesse da sind, kommen die drei Verkäufer noch nicht mal ins Schwitzen und machen richtig Zauber da draußen. Das heißt also im Endeffekt, großer Fehler ist, zu spät an Mitarbeiter zu denken oder zu glauben, auf der anderen Seite, dass, naja, dann mache ich halt weniger Objekte. Dann mache ich halt weniger Objekte. Das sind jetzt genau die, die alle am Heulen sind. Ja, weil die dann gar keine mehr kriegen. Oder das eine Objekt, jetzt kommt ja ein weiterer Punkt, das eine Objekt jetzt ausgerechnet eins von denen ist, was nicht verkaufbar ist, weil es zu hoch eingepreist ist und der Verkäufer auf einmal sagt, du kannst mir meine Buckel runterrutschen. Was machst du eigentlich hier für einen Blödsinn? Warum geht meine Immobilie nicht weg? Also das ist der Tanz auf der Rasierklinge mit zu wenig zu glauben, dass man durchkommt. Und am Ende des Tages geht es um Professionalität und auch um eine gewisse Menge umzuschlagen, dass man sicher im Sattel sitzt, oder? Ja, 100 Prozent. 100 Prozent. Ja, und genau das ist das Thema. Also wie gesagt, Akquise, Einkauf und Verkauf. Diese Pipeline ist must have, muss gemacht werden, muss auf Dauer mit Mitarbeitern betrieben werden. Es geht kein Weg dran vorbei, vom Makler sich zum Unternehmer zu entwickeln aber vor allen Dingen erstmal diese drei wichtigen elementaren Systemschritte oder Systembereiche so in seinem Unternehmen zu etablieren, dass wirklich die Kuh auch fliegen kann, weil dann bist du in der Lage, auch auf einem ganz anderen Level zu fahren. Und das muss tippitoppi vom Allerfeinsten sein und dann geht das auch richtig gut. Und vor allem nicht bitte, nicht eine Sache wirklich nicht machen, sondern ist sagen, ja, ich mache ja Flyer, ja, ich mache ja Standortmarketing vernünftig, ja, ich mache dies ja und so weiter, aber ich habe keine Objekte. Dann machst du es auch nicht richtig. Genau. Also so Sachen kann ich einfach nicht hören, wenn die Leute sagen, das muss ich jetzt auch ganz klar mal sagen, weil es ist einfach, ich kann es nicht verstehen, wie man sagen kann, ich mache das alles, aber es funktioniert nicht. Und dann eben irgendwie die Schuld beim Markt zu suchen, ja, Zinsen sind gestiegen und deshalb funktioniert irgendwas nicht. Hört einfach auf damit. Es gibt für jede Situation eine Lösung. Ihr müsst halt nur, sag ich mal, die Ursache bei euch selber suchen, bei euch selber legen, dass es Wege, Mittel und Strategien gibt, in egal welcher Marktphase, egal welcher Situation, die dafür sorgen, dass ihr erfolgreich werdet. Wenn ihr das wollt, wir haben die, müsst ihr euch nur melden. Und du siehst ja auch, wie es bei uns ist, ja. Wenn du mal bei uns jetzt schaust, ja, wie akribisch wir jeden einzelnen Bereich, einen nach dem anderen aufräumen, ja. Und dann laufen die Sachen auch ganz... Ja, dann nimmt man sich auch mal gerne mehr Zeit dafür. Und, sag ich mal, probiert nicht alles schnell, schnell, Hauptsache man macht es, sondern dann nimmt man sich auch mal mehr Zeit dafür, um das wirklich behutsam sauber aufzubauen. Exakt. In diesem Sinne. Und vor allen Dingen, eine Sache möchte ich euch da draußen noch als Botschaft mitgeben. Egal ob Makler oder Coach, das Marketing alleine reißt es auch nicht raus, ja. Weil wenn du ein Marketingheld bist, aber eine Lieferflasche bist, ja, also Marketing toll, aber im Lieferen schlecht bist, dann hilft dir das auch nicht. Letztendlich musst du in allen Bereichen wirklich einen guten Job abliefern, um dein Unternehmen aufs nächste Level zu bringen. Und genau dabei wollen wir dir helfen. Einfach in der Infobox kostenfreies Gespräch buchen bei uns und dann reden wir darüber, wie du dir deine Pipeline aufbaust, die wirklich auch funktioniert. Und das auf einem sehr, sehr hohen und dem höchsten Qualitätsstandard. Folge uns auf jeden Fall auf den sozialen Medien, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn und den Kanal hier abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst. dreimal Content pro Woche Podcast und zweimal Content Video findest du hier auf unserem Kanal und gerne auch ein paar Kommentare oder Fragen. Dann können wir das wieder aufgreifen für ein nächstes Video und wir wünschen euch da draußen alles Gute und viel Erfolg und schöner Ostern in diesem Sinne. Ciao. Ach so, war das jetzt überhaupt gut mit dem Ostern? Ja, das kommt ja am Freitag. Okay, super, perfekt. Okay, super, perfekt.